Hallo liebe Leute, hier sind wir wieder, der Danny, der André und ich zum Minecraft Let's Play. Und wir haben uns heute was vorgenommen. Und zwar, André. Wir wollen heute Wölfe jagen, also beziehungsweise, was heißt jagen, wir wollen uns ein paar Hunde holen. Und wir haben ja einiges auf Screen gemacht. Ich würde sagen, wir zeigen noch schnell her, was wir auf Screen gemacht haben. Achso, ja, genau. Wir gehen erstmal hier runter, das ist gerade selber näher. Ja, einmal, also das kennt ihr ja schon, ist klar, hier der Tunnelverbund. Aber jetzt steht hier, Höhle. Ja, hab da nämlich mit dem André eine Höhle in unserem Rollhaus ja gefunden. Und die haben wir jetzt eben mit unserem Tunnelverbund verbunden. Oh, geiler Satzaufbau. Geiles Wortspiel, sag ich mal. Ja, ne gibt's. Und ja, guckt euch das mal an. Die werden wir auf jeden Fall dann in den, boah, mal schauen, ob wir das in der Ausnahmestation noch machen. Ja. Geil, oder? Ja, da brauchst du dann, da brauchen wir mit einem Eisenspitzhacker her. Ja. Das ist ja nicht alles, was wir haben. Wir haben ja noch, ein bisschen mal zeigen, was wir noch so gebaut haben. Und zwar haben wir beim Wollerhaus ein bisschen was gemacht. Dann, da so ein bisschen Terraforming war es noch, was ich noch betrieben habe, aber es war nur minimal. Und da habe ich jetzt noch komplettiert. Die ist jetzt komplett fertig. Naja, bis auf, dass eben uns die Hunde fehlen. Huch, ich bin falsch gelaufen. Ich bin ja auch noch hinterher gelaufen. Ja, ich auch. Ne, ja. Gerade ein bisschen verwirrt. So, jetzt. Ja, und oben, ähm, am Tiergehege ist noch was geschehen. Ja, weil die Tiere sich da komischerweise immer so blöd rausgedrückt haben, teilweise. Also, immer schön durchgeklitscht, die Viecher, da haben wir jetzt wie... Hat der Danny gemacht? Ja, habe ich offscreen ein bisschen gemacht. Sieht jetzt sicherer aus, dass da auch wohl kein Viech wieder rauskommt. Normalerweise könnte man denn ja noch ein Dach bauen. Ja, müssen wir mal sehen, ob wir da noch mal ein Dach machen. Ja, eigentlich human. Das wäre für die Tiere schon wirklich sehr human, ja. Aber dann wird, glaube ich, das Gras in drinnen nicht mehr grün, oder? Oder wie ist das dann? Boah, keine Ahnung. Ja, soll ja schon noch so eine Art Weide bleiben, ne? Gut, ja, und dann hier habe ich auch mal noch offscreen hier hinten ein bisschen, das mit dem Laub hier. Das kennt ihr ja. Aber jetzt eben noch mit Blumen und Wasser so ein bisschen geschmückt. Mit Blumen. Ja, es sieht auch richtig geil aus. Ja, André hat dann hinten bei seiner Hundhütte noch ein bisschen Terraforming gemacht. Äh, nein, nicht nur noch die Hundhütte noch richtig fertig gemacht. Die war ja noch nicht ganz fertig. Ja, ja, mit der Terrasse da oben, ne? Ja, und, ähm, ich habe noch einen Wassergraben hinzugefügt. Können wir ja noch mal schnell hingehen. Und zwar mal die Hundhütte hier angucken. Oho, so sieht das aus, ja. Ja. Die Hundhütte, ja, Dachterrasse, da können sie hoch die Viechter. Und scheißen. Ja. Aha. Fein. Der Garten. Ach, hier, können sie saufen. Ist schon recht nett geworden. Ja. Oh, erst mal waschen. Nein. Wie sag ich, dass ich in dem Trinkwasser drinne? Aber man kann auch angeln im Trinkwasser. Lecker. Ja, geangelt habe ich aufs Screen auch mal ein bisschen. Kam aber größtenteils nur Fische raus. Aber die... Ja, was willst du da sonst rausholen? Äh, zum Beispiel, ähm, Name-Tags. Man kann ja seine Tiere hier, ähm, benennen. Wir haben ja jeweils auch ein Name-Tag über unseren Köppen, ne? Ja. Ja. Und das kann man auch für die Tiere angeln. Ach so. Musst aber auch Glück haben. Ja. So. Meistens kommen Fische irgendwo. Ja, ich muss mal pennen, damit der scheiß Regen aufhört. Oh ja. Oh ja. Und dann würde ich sagen, such mal Wölfe. Erster. André ist mal wieder der Letzte, weil er klar ist. Oh, ich will mal was essen. Ich habe noch ein Schaf gesehen, was ich jagen wollte. Ach so. Goh. Komm mal, ein neues Lied hier. Ich habe glaube vier neue... Das war doch mal drei. Nee. Das war alt. Ach so. Ich habe doch vier neue Lieder hinzugefügt. Komm die mal. Nee. André ist so blöd, aus der Tür rauszugehen. Nets. Kennen wir auch. Nee. Nee. Keine Ahnung. Nee. 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 Ich hör die kaum. Hört mal mit den scheiß Türen auf ihr Penner. Sonst muss ich euch töten. Kennen wir. Ja, Henning, wo wollen wir dann eigentlich lang? Äh, ich hätte jetzt gesagt... Ah, links. Links, wo seid ihr lang? Hallo? Wir sind ja beim Tiergeheger. Ah, ich auch. Warte, bleib mal stehen. Da ist er. Komm. Wo bist du denn? Ja, hier. Hä? Ach, da drüben. Ach. Ich meine nämlich Wölfe hier in diese Richtung gesehen. Ja, hab ich nämlich in deinen Aufnahmen, die du jetzt momentan schon hochgeladen hast, auch gesehen, dass du hier irgendwie links gegangen bist. Ja. Ja, ich bin da nämlich auch noch mal lang gerannt, aber keine Wölfe gesehen, aber gut. Also, als ich mein Spiel gerade minimiert, könnte ich gerade kotzen. Fickspiel. Ach, die Mucke, Alter. Also, im größten Teil sind die Folgen gerendert, aber ein paar muss ich noch. Ich glaube, das sind noch so... Ist eine scheiß Fummelei, oder? Oh, ja. Keine Ahnung. Ich glaube, das sind so noch vier Stück oder so. Ah. Ich glaube, auf zwölf kommst du, ne? Ja. So ungefähr müsste das sein. Die Musik hat wenigstens mal Pep hier. Ich stehe. Pep Guardiola. Äh. Das hättest du für dich behalten können, ja. Hast du das Spiel heute gesehen? Von Dortmund? Ja. Das war doch auch mal krass, oder nicht? Auf einem führt erst 2-0 und dann kommen die noch zurück. Aha. Mal wieder 20.000 Chancen legen lassen, Dortmund. Von allerfeinster Weise. Oh, ja. Ah. Genau, hier war... Zurzeit, dass Winterpause ist. Haben wir noch ein Spiel. Mal wissen, was die sich noch zulegen während der Winterpause. Ja, auf jeden Fall denke ich noch ein Innenverteidiger. Na, glaube ich nicht, dass sie noch was holen groß. Hummels ist ja dann auch wieder fit. Ach, scheiße. Jetzt bin ich hier rin geflogen. Echt? Andre ist ja offscreen auch noch gestorben. Muss man auch noch erwähnen. Ach, scheiße. Wo ich mit Andre offscreen den Keller da zur Hölle gebaut habe. Und dann ist er irgendwie Hunde suchen gegangen. Hä, wo bist du jetzt hin, Henning? Ach, da oben. Da war eine Kuh. Habe ich noch eben getötet. Seid ihr? Ihr. Ah, ja. Warte, ich glaube jetzt hier über den Fluss. Weil ich glaube, die halten sich ja größtenteils in Tannengebieten auf, wenn mich nicht alles täuscht. Fichtengebieten irgendwie. Ja. Na ja, Ficht ist ja auch Tannenbaum. Äh, Nadelbaum. Na, Tundra oder was hast du irgendwie gesagt? Hast du mal irgendwie... Taiga. Das steht da bei den Biomen. In dieser App. Minecraft steht, dass da hier sich die meisten Wölfe aufhalten würden. Hm. Nur die Frage, wo ich genau die gesehen habe, ne? Das war eigentlich nicht, weil es... Aber hier irgendwo muss das gewesen sein. Ja, wenig nehme ich auch. Ich habe mir ja kürzlich die Aufnahmen auch angesehen. Und da hat es ja plötzlich diesen Hund da gesehen oder noch mehr. Und das war ja gar nicht so weit. Ich meine schon, dass das irgendwo hier gewesen sein muss. Kann man die nicht rufen? Und... Anlocken mit Kacke. Und vielleicht, wenn ich die Knochen in die Hand nehme. Ja, genau. Hm. Wo seid ihr denn? Ich bin hier runtergegangen. Ich auch. Wo es hier runter war, ne? Ja. Aber ihr seid weiter rein in das Waldgebiet, oder was? Ja. Ja. Ach, da unten. Ich sehe euch. Hm. Das Lied war ja mal wieder... Richtig gut, oder? Aber das kennen wir. Halt! Ich habe was gehört. Da ist einer. Da ist einer, ja. Mal gucken. Ja. Einen Hund haben wir. Gleich töten. Ich habe auch einen. Ich bin mal gespannt, was das Texture Pack für verschiedene Hunde hier aufzeigt. Ey, was ist denn das? Ey, was ist denn das hier? Komm mal her. Das ist ein Hund? Ja. Ah, geil. Das sind verschiedene Hunde nämlich. Das ist... Wunderbar. Weil die sind Texture Pack. umsetzen. Ah, so mit dem Knochen. So. Jetzt läuft der... Ah, da ist noch einer. Ich will auch einen. Ich habe zu dem eingegeben. Ich habe zwei Stück jetzt. Oh. Warte mal gucken, ob hier oben noch welche sind. Da ist noch ein Huhn. Hier ist noch einer. Nice. Danny, willst du mal? Ja. Jawohl. Und dann mit dem Knochen direkt nochmal rechts klicken, damit der wieder aufsteht. Weil der macht ja jetzt gerade nur Sitz. Eigentlich müsste er ja mitkommen, ne? Ja. Jetzt folgt der dir. Ja, da haben wir doch vier Stück. Die können wir doch dann... Die können wir mit verrottetem Fleisch, also mit diesem Gehirn, paaren. Ah, davon haben wir genug. Na dann. So, ab nach Hause. Wo geht es jetzt lang, ne? Einmal mit Fleisch. Wo ist mein Hund? Wo ist mein Hund? Muss man die angucken oder kommen die so mit? Ne, die müssen ja immer so mitkommen, ne? Die kommen so mit. Oder die werden auch geportet, je nachdem. Ah. Ach, stimmt. Das war ja hier bei... Ne? Da ist noch einer. Warte mal gucken, ob ich den auch noch kriege. Cool. Warte, bleib doch mal stehen, du Scheißköter. So. Mit rechts kann der wieder Sitz machen, ne? Ja. Ja. So, jetzt habe ich die. Meiner sieht anders aus als eurer. Na, du hast wie so Boxerhund oder so, also. Ja. Also meine sehen alle drei gleich aus. Na, jetzt bei den Texture Packs ist das so. Da hat man verschiedene Mops, nennt man das doch, ne? Ey. Ja. Ey, wo seid ihr hin? Wieso hat der ja gerade Schaden gekriegt, deiner? Wiss ich gar nicht. Das war beim Baum auf einmal. Ui. Ich habe jetzt drei Köter, aber wo muss ich hin? Warte mal. Äh, hast du die Koordinaten noch irgendwie? Äh. Ja. Äh, 246 und 68. Ah, dann bin ich ja, muss ich nur noch nach X rennen, okay. Ja, die werden geportet. Alles klar. Hier ist noch Kies. Hi. Ich laufe in die falsche Richtung, nach X. Ah, ich bin so ein Depp. 200, sagst du, ne? Irgendwas. 246 und 68. Ja. Ah, ne, Z68, ne? Ich bin ja auch blöd. Ja. Hast du auf Y angeguckt? Ja. Erstmal voll in die falsche Richtung gerannt. Instinktiv falsch. Na, dann hängt das ja recht schnell mit den Hunden. Ja. Beziehungsweise Bölven, die jetzt Hunde sind. Ich muss mich jetzt auch noch zu Hunde bringen. Nein, ich will mein Bett schlafen lassen. Bäh. Ach, hier sind wir, okay. Also ich, ihr seid bestimmt schon zu Hause. Nö, ich doch nicht. Nö, nö. Dann kann ich das hier so wieder ausmachen. Ach, hier schwimmen die Köder? Jo. Ah, da ist das Haus. Gut. Kann ich auch alles machen. Läuft auch. Ich glaube, die können auch ersaufen, wenn sie sich richtig blöd anstellen. Oh. Na, mal gucken. Wird schon. Ach, da ist es Haus. Hallo Schaf. Ach, da ist es, Alter. Genau. Ach, mach mal schneller hier, dann. Äh. Nein! Was? Du verfickter Creeper. Tot? Nein, ich nicht. Mein Hund ist tot, ja. Die dumme Drecksnutte, Alter. Ich könnte... Komm rein, Hund. Mensch. Mein Hund rallt hat nicht, dass der hier hin soll. Schau ihn jetzt auf die Fresse, du blödes Gelütz. Komm her. So, erst mal Sitz, genau. Also ihr setzt euch jetzt erst mal hin. Und der soll mir jetzt mal gefälligst folgen. Ich höre schon mal vorrottetes Fleisch. Hä, ist das gar nicht meiner? Ich geh jetzt nochmal da zurück, ich höre mir nochmal einen Hund. Sehe ich nicht einen hier. So eine Scheiße hier. So, jetzt mitkommen hier. Na, jetzt wird es bald wieder dunkel, wahr? Ja, die Sonne geht runter. Ach, jetzt folgen sie mir auf einmal wieder. Wie viele Hunde hast du? Ich habe drei. Na gut, das reicht. Ach, der sieht anders aus, das stimmt. Ich habe einen, also haben wir vier. So, du bleibst jetzt mal da sitzen. Ach, der ist auch dunkler. Ah, was ist Z bei uns für wert? Na, fiegen die jetzt, oder nicht? Ich glaube, du musst die aufsetzen, wa? Ah. Was ist Z für unsere Heimat wert? 68 oder irgend sowas, wa? Äh, ja. Ja. Doch, bei mir kam schon ein kleiner Köter raus. Ja, die setze ich jetzt hier alle draußen hin. Ach, da ist auch noch meiner, krass. Jetzt sind die hier alle draußen. Müssen wir nicht erzählen hier, die kleinen, oder? Oder was ist mit denen? Der springt hier so rum. Ach, da fehlt noch. Da fehlt noch so ein Block. Die können da auch drüber springen. Ich verstehe. Ja, ne? Na eben, der ist gerade übel. Was ist mit dir? Den kann ich nicht hinsetzen. Der ist zu krass drauf. Das ist deiner, glaube ich. Na, komm mal mit, Huni. So, wieder so ein Fick-Creeper, aber habe ich ja nicht erwischt. Was ist mit dem da? Ist doch nicht meiner. Huni, mitkommen. Oh, cool, Hunis. Jetzt brauchen wir nur noch Katzen, wa? Ja. Was ist mit dem da? Die schrecken ja Creeper ab, ne? Mhm, ich glaube schon. Wie die alle gucken, meine. Ah, bleibst halt hier oben sitzen. Ist mir auch egal. Wo ist er jetzt? Da oben? Ja. Ach, krass. Hoffentlich haben wir nicht diesen Bug, dass die sich, wenn wir unterwegs sind, hinterher porten. Ja, oder dann danach, wenn wir wiederkommen, einfach tot sind oder so. Einfach weg sind. Hier muss, glaube ich, noch einer hin, oder? Ja. Haben wir ja auch eine Piste? Ne, da ist nur Eichenholz. Aber hier sind noch Gehirne, die können wir da auch noch. Was? Hä, am dringend. Oh, wie die gucken. Ich kann denen aber nichts geben hier. Ist das doch blöd. Ja, die musst du aufsetzen hier. Musst du alle hin. Ach so, wenn du die füttern willst, oder was? Ja, aber... Obwohl, der Kleine hat's getressen, jetzt da. Oh, guck mal, der eine geht hoch. Alter. Die hören auch nur auf dich jetzt hin, ja. Hab ich den einen wieder hingesetzt? Ja, sprich das mal rum wie so ein Irrer. Ja, also ich hab ja drei Hunde, ne? Also... Ich will mir auch noch Hunde holen. Wir gehen ja nochmal da hin. Drei Hunde und einen hab ich gezüchtet, quasi. Du bleibst da jetzt sitzen. Ja, hin. Ach schön, nicht wahr? Wir kommen da zu züchten, können wir später auch noch machen. Ach, hier ist da noch einer. Wieso kann ich den jetzt nicht? Setz dich mal woanders hin, denn das sieht ja scheiß aus. Setz mal einer auf der Terrasse. Oder ist das gar nicht meiner? Na komm hoch, Hundi, komm. Hundi, hoch, komm. Scheint wohl nicht meiner zu sein, wenn der da so rumsteht. Der kommt nicht hoch, halt, der Penner. Hey. Oh, scheiße. Ah, siehste, das ist ein Köter von euch. Warum? Hey, warum greift der mich an? Keine Ahnung. Weil das bestimmt mein Welpe ist und, äh... da das ein Rudel ist und du einen meiner Hunde eingegriffen hast, reagiert der bestimmt auch böse darauf. Oder irgend sowas. Keine Ahnung. Das ist ja krass. Ist doch nicht mein Welpe hier? Keine Ahnung. Einen hab ich ja auch. Nee, dat war nicht meiner. Meiner sitzt hier draußen. Na, weil der nicht auf mich hört hier? Echt? Ja, der steht nicht auf, der Penner. Dann ist es doch meiner. Wo ist jetzt mein Hund? Jetzt kommt der da wieder nicht runter. Los jetzt, komm mit. Sonst auf der Terrasse, du Penner. Oh, der guckt zum Fenster raus. Ja, der guckst jetzt zum Fenster raus. Ah, mein, mein, mein kleiner. Komm, komm, mal hier oben. Soll jetzt mal rausgehen? Mal sehen, wie das aussieht. Ich bin da zum Fenster raus. Guck. Jetzt guck doch mal, Hund. Komm. Hier hoch. Und? Wo ist der Penner? Das ist schlimm. Die kommen einfach nicht. Ach, da ist er. Na, du blödes Vieh? Hihi. Das sieht ja gut aus. Alter, bleibst du hier unten. Mein Gott. Alter, ich besorg mir jetzt auch noch aufhälftert. Der backt in der Wand. So, die Knochen tue ich mal hier mit drin. Passt ja ganz gut. Wieder einfach so in der Wand backen. Einfach so da rumstehen. Nichts machen. Hier ist noch, äh, verrottetes Fleisch drin in der Kiste. Sehr schön. Ein Stack und noch ein bisschen mehr. So, jetzt können wir aber nach Hause, wa? Ja, wissen wir ja. Ich gehe unten lang. Oh ja, es ist dunkel. Da sollte man nicht mehr rausgehen. Ne. Da kommt der Puh, Mann. Beißt alle. Bis zum nächsten Mal.